Hallo Leute, was geht ab? Ich bin Zocker hier mit der Sniper-Liepe 2. 3 Stunden hier ein, ja, an den Handelsbrüchst. Was ist denn hier so, was hier? Da kann man den Heifel schießen oder was ist gelohnt? Der seitige Müller. Was ist denn so ein Müller-Milch? Ach, da sind ein paar Kampane. Bevor ich auf den Penner hier schüsse, erstmal die Sniper-Liepe 2 ausschalten. Das ist einer. Warte mal, kann ich die nicht brauchen? Ah, so war das. Das ist Müller. Mit Glück vielleicht beide. Oh, bitte. Ich bin gespannt. Ja, geil, Alter. Mach's gut, Müller. Wenn du das wohl brauchst. Das hat mich bemerkt. Alter, jetzt geht's hier ab, Alter. So richtig. Der hier geht sehr gut in Deckung, muss ich schon sagen. Oh, ich hab gar keine Luft. Bäm, 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 bäm. Boah, das war so geil, Freunde. Schon... 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 ... weit... ... weit, weit weg. 30 Schoß natürlich, was zu wenig ist. Von wo, von wo? Du frisst die Granate, du Penner. Du bist schon beide platt. Ja, wie gesagt, jetzt muss ich die irgendwie abhaue. Du bist schon nicht so leicht, wie weil die alle hier hochrennen. Aber Freunde, das war sogar mit einem Schoß beide gekillt. Du kannst auch nicht mehr sagen, ja, er lebt noch. Ähm... Hier nicht. Oder? Gibt's hier was? Natürlich nicht. Guck, guck, da bin ich. Sucht weiter. Verlasse das Gebiet. Völlig. Einfach mal so die... ... abgezogen genommen. Ich muss kurz warten. Alter... Ach ne, wie ich... Ja, viel mal in die Eier geschossen, der überlebt das natürlich, Freunde, natürlich. So, die Sniper wieder. Hast du Geld? Nein. Ist hier irgendwo. Abhauen würde ich sagen. So, jetzt langsam hier. Jetzt gibt's hier ab, alter. Alter, frisst doch die Granate, Juni. Ich hab hier grad gar nix. Außer ich schüsse so natürlich. Da ist sie irgendwo. Guck, guck. Wo bist du denn? Geil, du weißt auch nicht, wo ich bin. Geil, du weißt auch nicht, wo ich bin. Geil, du weißt auch nicht, wo ich bin. Junge. Da wollen wir auch mal ein bisschen ballern damit, oder? Natürlich kommt da jetzt keiner. Wie eblich im Spiel. Geil. Was ist mit dem hier? Macht der Yoga? Der hier. Schon zerfetzt. Verhinde den. Versuch den. Schlimm abbauen hier. Das sieht gut aus. Yeah. Schlimm weiter drücken. Das letzte Ziel war Wolf. Aber ich hatte keine Ahnung, wo er sich versteckte. Ich wusste, dass die Russen einen Sonderbefehlsposten in Berlin hatten. Vielleicht stand er mit ihnen in Kontakt. Ich packte meine Sachen und ging hinaus, lockte den Kampflärm und den Dröhnen des Panzerfeuers. Es war so ziemlich der gefährlichste Ort, zu dem ich gehen konnte. Aber ich brauchte Antworten. Und ich konnte sie nur so erhalten. So Freunde. Jetzt nehmen wir mal. Ein bisschen mal so. Ah ok. Wir lassen die Manni schalten. Was ich überhaupt nicht brauche ist das. 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 Dafür aber. Das voll. Oder machen wir mal so. Genau. So kann es weiter gehen. Jetzt haben wir die. die K.. 90. deutsche Sniper. Die deutsche Sniper gewährt. Ich stehe den Panzer. jetzt was hier rumrennen oder was gerade muss ich die Mille natürlich weggemacht ach so scheiße gegen Russen er ladet aber schnell muss schon sagen ok ist sie ehrlich zu stellen den Panzer des Kommandanten ok ich kann hier nicht durch dann wollen wir mal muss man auch checken hier alles 88 Meter die könnten überall sein alles was ist es ist nicht was könnte hier sein Weg, 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 weg. Boah, Junge, da ist der Panzer schon, ne, ich komme nicht weg. Scheiße, Dreck, geil. Zu wissen hast du hier so, oh, geile Sache, Freunde. Schaut euch das machen, ja, damit würde ich den Panzer über den Dütz hauen. Was ist denn jetzt der Panzer? Was ist denn der Panzer? Wo ist er denn? Alter, lauf, lauf, lauf. Jetzt kommt er natürlich um die Ecke. Meine Fris, ey. Ja, mein Fub macht's gut. Alter, zittert doch ein... Junge, was zittert der so? Noch einer. Okay. Das kommt jetzt gut, okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Geil, beide! Boah, fett. Einfach nur fett. Hier an der Kugel. So, jetzt bin ich wieder mein Element hier. Jetzt nachladen, Freunde. Was war das? Eine Wand nur gesehen. Aber wie kommt denn da raus? anyone... So, Suka! Ohö, Junge! Schnell. Käfling gerannt, wa? «Hier!» Wie war es für mich? «Nie wieder Migräne?» Freu dich doch! Okay, das war mit! Alter, da waren so viele, so Sniper, nix Sniper, wird nicht mehr gesoffen, die haben sich hier gewaltig So Freunde, 70 Meter noch, die Leichen, sollte uns weniger jucken Nein, 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 nein Ich hab vergessen, dass ich die Panzerfaust noch hab, die brauch ich aber auch Das sieht nix Okay, die Links ist neiner, das war's, die ist neiner Ja, ja, fuß die Granate Oh nein, der lebt noch, ja, er lebt Ich komm wieder, lauf weg, lauf weg, lauf Forrest Gump, lauf Verdammte Scheiße, Digga Wir sind hier, mate Jungen, jungen, wir müssen das auf weg Oh, dieses mal irgendwie kurzer Prozess hier, oder? Von wo guckt der denn, ey Alter, wie viel kommt denn das? Was ist denn hier noch? Da ist nur einer, ne? Die Granate nicht, aber das wird in der Nähe verloren. Das wird in der Nähe verloren. Junge, wo bin ich hier bei Stalingrad selber? Wann sind hier noch mal so viele? Scheiße! Das wird in der Nähe verloren. Rum, Junge! Das wird in der Nähe verloren. Muss ich näher kommen, oder was? Was ist das? Überleicht, Junge! Gut, 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 gut! Ich geh kaputt! Junge hat ein Schwein gehabt! Ey, guck dich das mal an hier! Ich mach mal ein Wodka von euch! Ach so! Deswegen bin ich hier so mal zulegen! Ach so! Ein bisschen kommen hier so viele, wa? Ach! 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 Ich bin ein amerischer Waffenspezialist. Er hat den Russen die letzten der V2-Raketen Deutschlands mit dem Zeug zu füllen. Ihr Ziel? London. Die listigen roten Bastarden würden es mit Deutschlands letzte Rache aussehen lassen. Wolken zu töten musst erwarten. Es gab Wichtigeres zu tun. Ich musste den Stahl aufhalten. Und das, Freunde, sind wir auf jeden Fall im nächsten Part.